Ein neuer Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist viertürig, bietet Platz für 9 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Tempomat und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 6,4 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohaus Kögler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester quiz amor 태 нашей pero Bis zum nächsten Mal.